Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Lego City Undercover. Wir wollen heute in diesem Part in den Wald fahren und ein paar Bäume klauen, damit der Honey vor dem Polizeichef ein bisschen dumm dasteht. Äh, nein, nein, das machen wir heute nicht. Das hat der Honey nicht verdient, das hat der Honey nicht verdient. Der soll mal ein bisschen Ruhm haben. Wir machen heute den Auftrag von Winnie. Wir wollen nämlich am Polizeiboot stehen, nachdem wir ja im letzten Bad den T-Rex geklaut haben. Jetzt noch ein Polizeiboot. Alles klar. Was will der Kerl denn eigentlich noch alles? Was braucht der denn noch? Was haben wir denn schon alles geklaut? Mondbuggy? Ah ne, das war für Schan, ne? Ja, ähm. Ah, ziemlich viele Sachen. Ein Riesensmaragd. Was noch? Ja, will der als nächstes, dass wir... Ahnung, das ist immer alles klauen, ne? Vieles klauen. Panzer. Panzer wäre geil. Ein Spock drauf. Panzer in Lego City. Und dann einfach alles niedermetzeln. Moment, Moment, Moment mal. Warum nutzt mich das... Das Navi hat so ein paar Macken. Weißt du, warum fahre ich nicht einfach hier rein und bin einfach sofort da? Warum denn nicht? Das ist immer doch schön. Ist so easy. Du hast dein Ziel erreicht. Ja, dankeschön, Navi. Kack, Navi. So, überwachtes Anwesen. Nur kurz wieder anders hinsetzen. So. So, dann werden wir jetzt, äh, Feuerwehrmann. Gut. Wollte, wir, ja, wollten wir ja schon immer werden, ne? Wir sind ja der weltbeste Mensch. Wir, wir können ja alles. Wir sind Gärtner, wir sind Astronaut, wir sind Minenarbeiter. Jetzt noch Feuerwehrmann. Oh, was fehlt denn da noch? Eigentlich nicht mehr viel, ne? So, halt, also, keine Ahnung, Arzt oder sowas. Können wir Leute operieren? So, Recruit, wie lautet dein Name? Pete. Peterson, Sir? Okay, Pete Peterson. Als Feuerwehrmänner sind wir Teamspieler. Teamspieler. Hab ich recht, McGurkey? Was? Du hilfst ihm nicht. Es bedeutet, zu wissen, was die anderen Kollegen denken. Welchen Kuchen mag ich am liebsten, Pete Peterson? Äh, Schoko? Sogar der Frischling weiß das! Nun, Pete Peterson, dann wollen wir mal mit einem Training beginnen. Was soll das denn? Ich hab dir noch nicht mal Anweisungen gegeben. Entschuldigung, ich war etwas aufgeregt. Feuerlascher sind keine Spielzeuge. Mit denen spielt man nicht rum. Folge mir hier rüber. Ui! Das ist Officer Lopez Delgado. Ola! Er wird deine Grundausbildung übernehmen. Ich muss einen Vortrag über die Wichtigkeit der richtigen Sorte Geburtstatttuchen vorbereiten. Du bist Pete, richtig? Das ist wunderbar! Haha! Erstmal müssen wir dich aber in einen richtigen Feuerwehrmann verwandeln. Stimmt's? In der mittleren Garage ist eine nagelneue Uniform. Okay. Falls du die Tür irgendwie aufkriegst. Ja, ich krieg die Tür schon irgendwie auf. Vielleicht mit diesem Hebel. So, ich weiß, dass man hier alle Glocken kaputt macht. Ja, das weiß ich. Das ist mir noch so im Kopf geblieben. Das war nämlich auch irgendwas, was man einfach... Auf sowas kommt man einfach überhaupt nicht drauf. Weißt du? Was zur Hölle ist mit denen falsch? Was zur Hölle ist mit denen los? Das sind hier alle bescheuert auf der Feuerwehrwache. Ich heiße Pete Peterson. Ich glaube, wenn ich Feuerwehrmann wäre, würde ich aber auch den ganzen Tag nur mit dem Feuerwehr rumspielen. Ich stelle mir das super cool vor. So, Tür, geh auf. Das Box. Ja, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Äh, natürlich ist hier irgendeine Astronautenkiste in einer Feuerwehrwache. Kennt man ja? Nennt man das überhaupt Feuerwehrwache? Ich habe keine Ahnung. Ich war nie in der freiwilligen Feuerwehr oder sowas. Ich habe wirklich keine Ahnung. Das ist absolut nicht mein Thema. Äh, brauchen die eigentlich gar nicht, weil ich habe doch... Und ja, ich habe es vor dem Part aktiviert. Ich kann doch einfach den hier machen. Wollte jemand vergessen, das Garagentor fertig zu streichen? Ja, ja, ich streiche das schon fertig. Das Garagentor könnte wirklich einen Klecksfarbe vertragen. Das Garagentor sollte mal jemand fertig streichen. Der Lopez. Das ist ein cooler Typ. Ich mag den Lopez total. So, Helme. Brauchen wir nicht. Wir haben einen cooleren Helm. Der Chasey als Feuerwehrmann. Jawohl. Damit wir uns nur noch eine. Du bist wohl ein echter Schnelldenker, ne? Okay. Lassen wir es langsam und behutsam angehen. Oh nein. Sieh nur. Eine wahre Feuersbrunst. Wenn nur irgendjemand das Feuer mit einem Feuerlöscher eindämmen könnte. Ei, 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 ei. Könntest du das nicht für mich erledigen? Das ist so cool mit einem Feuerlöscher. Okay, Leute. Ihr will ja nix. Wir will ja. Ich weiß, ihr werdet mich hassen, aber. Ich muss das Feuer leider löschen. Tut mir leid, Leute. Ich weiß, ihr seid aggressiv jetzt. Aber ihr könnt nicht die ganze Nacht hier rumstehen und irgendeinen Feuertanz da drum machen. Das geht nicht. Wäre das nicht aufregend? Ich bin jetzt der Ramon Lopez Delgado. Oh, eigentlich müsste ich das Kostüm nehmen. Der Lopez ist das erste Hammer. Prima, gut gemacht. Gute Arbeit. Ja, klar. Wartekurs. Die Tür ist verschlossen. Und ein unschuldiges Ventilrad steckt dahinter, Fels. Und hier, schau, eine Feuerwehr-Axt. Ob du mit dieser Axt irgendwie diese Tür kleinkriegst? Keine Sorge. Sorry, der balanciert mit seiner Axt. Hier ist Bini. Aus welchem Film kam das denn? War das Shining? Ich glaub, das war Shining, oder? Woher bin ich gerade komplett behindert? Ihr habt den Film nie gesehen, aber das kennt man ja natürlich. Wer ihm da wohl helfen könnte? Jemand mit einem... Der! Vielleicht jemand mit einem Ventil. Ja? Verstehst du, worauf ich hinausgehe? Da du die... Alter, so Rodeo-Reiten auf einem... Um den Druck zu senken! Das ist doch mal ein Hammer. Würde ich auch gerne machen. So, bitteschön. Du hast ganz schön lange durchgehalten. Das muss ein neuer Rekord sein. Ja, ja, die, äh... Die waren da zum Spaß. Bereit für den nächsten Abschnitt? Was da wohl Verrücktes auf uns wartet? Ach, der Lopez. Der Lopez. Mach die Tore! Mach die Tore! Da, Lopez. So, das können wir noch nicht da oben. Das kann ich aber kaputt machen. Auch mit einem Feuerlöscher. Hat das irgendwas gebracht, die hier auszumachen? Nee, ne? Da ist aber die letzte Glocke. Easy. So. Wie gesagt, das hat nichts gebracht. Nee. Musste man hier sonst noch irgendwas machen? Musste man hier irgendwas noch einfärben? Glaub ich irgendwie im Kopf. Äh, ich glaub nicht, oder? Die hier musste man nicht einfärben, ne? Nee. Okay, da will ich sagen, das war's dann soweit. Erstmal hier, was wir hier machen können. Äh, wir bleiben vorher. Schönen Moin! Als Kollegen sitzen auf dem Gebäude fest. Bin ich nicht ein super Schauspieler? Sag den anderen doch bitte, wohin sie das Trampolin tragen sollen. Damit du deine Kollegen retten kannst. Das ist schon ein guter Schauspieler. Ohne Vince, das hätte ich auch mal so gerne immer gemacht. Irgendwie, äh, wie mache ich das? Warte, okay. Bleibt das denn? Hilfe! Oh nein, Kollege, es ist mir wahnsinnig leid. Ein Stück nach rechts. Weiter, bleibt das denn? Ey, ohne Witz. Man kennt das ja immer aus irgendwelchen Serien oder Filmen oder sowas, wenn die dann mit ihrem Trampolin da unter dem Fenster stehen und die Leute dann aus dem Fenster springen. Ohne Witz. Ich will natürlich kein Feuer im Haus haben oder sowas. Auf gar keinen Fall. Aber da runter zu springen und auf diesem Trampolin da zu landen, das ist doch Hammer. Wer hätte das nicht gerne gewollt? Stopp! Geronimo, Alter. So, geil. So, weiter, 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 weiter. Warte nach rechts! So. Fertig machen! Yay! Das waren alle gute Erachtens. Kein Thema, Lopez. Kein Thema. Jetzt, wo sie sicher unten sind, können wir das Feuer oben löschen. Aber dein eigener Feuerlöscher reicht für diese Art Flamme nicht aus. Dafür aber diese hier. Ja. Die sind ziemlich beeindruckend, was? Sag hallo zu meinen großen Freunden hier. Schnapp dir eine von ihnen. Nö, schnapp ich mir eine. Hervorragend! Die Wasserkanone hat viel mehr Reichweite als bei Feuerlöscher. Ah, okay. Dankeschön! Äh, feuer, angeschüttet. Das war die Hälfte! Jawohl, 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 und ganz hinten noch. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, wir setzen vorher echt noch hier in die Rhein. Na, Mann. So. Und fertig! Das war doch gar nicht so schwer, oder? Schnell! Es gibt eine echte Notfetuation! Was ist denn los? Ah, du Schauspieler ist doch wieder, oder? Ja! Ja! Unser Stationsmaskottchen Atmeral Pompon Morgins, der dritte, sitzt fest auf dem Dach. Ich soll eine Katze retten? Oh, ja! Jetzt wirst du den Arbeitsalltag eines Feuerwehrmanns in Lego City kennenlernen. Katzen zu retten ist ein Hochgenuss. Weil sie ja meistens recht weit oben sitzen. Du musst aber erst mal irgendwie an ihn rankommen. Hm. Ist das, äh, das Feuerwehrmänner Katzen retten, ist das eigentlich nur so ein... Ich muss noch an das Löschboot kommen. Wie nennt man das? Ja, in Anführungszeichen Gerücht. So eine Unterstellung, so ein bisschen. So wie, so wie man sagt, keine Ahnung. Die Deutschen trinken nur Bier und laufen mit Lederhosen und sowas rum. Äh, oder... Franzosen essen nur Baguette oder sowas. Ist das, ist das bei den Feuerwehrmännern, die Katzen retten eigentlich auch so? Auch nur so ein... Ich hab, ich hab das Wort dafür vergessen. Ich muss noch an das Löschboot kommen. Das ist ein bisschen blöd. Aber ihr wisst, glaube ich, schon, was ich meine. Weil, ich meine, klar, wenn Katzen ganz oben auf dem Baum sitzen, dass man da vielleicht nur mit so einem Feuerwehrwagen hinkommt, die ja diese ausfahrbaren, äh, Leitern haben. Aber es ist ja jetzt nicht so, als ob die jeden Tag irgendwo hinfahren, nur um irgendwelche Katzen zu retten. Und das jeden Tag. So ist das ja nicht. Das ist ja... Deswegen, äh... Ist das ja so ein bisschen, in Anführungszeichen, Unterstellung. Oder? Weil ich meine, in jeder Serie und in jedem Film und so weiter und so weiter wird das immer so richtig übertrieben dargestellt. So, ach, Feuerwehrmännern, die retten nur Katzen. Mehr ist das ja nett. Los, Beeilung! Es ist bald Zeit für Admiral Pompons-Nika-Fisch. Ja, ich hol doch die Katze. Deshalb diese stinkenden Fischstückchen in der Tasche meiner Uniform. Exakt! Aber auch als Notration für dich. Uah. Ich meine, ich esse zwar Fisch. Aber ich glaube nicht den Fisch, den er in der Tasche hat. So! Da muss ja Dynamite drin sein, ne? Dynamite! So, Dynamite! Bei welchem Film war das? Ich glaube, Rotkämpfchen-Verschwörung, ey. Das ist übrigens ein göttlicher Film, Leute. Einer meiner Lieblingsfilme. Das war eine Kindheit zumindest. Aber immer noch. So geil. Und glaub mir, Kommandant Kralle hat so seine Namen verdient. Ja, ja, klar. So! Dann brauche ich den hier. Gut. Moment, 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 Moment. War da irgendwas drin? Ne. Ja, hatte ich falsch in Erinnerung. Okay. Okay. Ich will mal Dynamitwagen. Gut. Sag mal hier. Ah, hier habe ich die Fernbedienung. Okay. Und Bäm. Easy. So, Feuerwehrmann. Mh, Fisch, Fisch, Fisch und Katze. Wie die da runterjumpt. So, hier habt ihr Pompom Morgens, den dritten oder wie auch immer der hieß. Du hast ihn gerettet. Okay, dann sind wir hier fertig. Bis gleich drin bei der Geburtstagsfeier vom Brandmeister. Da gibt es eine Menge zu essen. Oh, geil essen, ey. Oh, essen, 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 essen. Hunger. Wow. Das haben sie aber schön hergerichtet hier. Ah, das könnten wir mal für Chief Dambi machen. Dann wäre er vielleicht auch nicht so mürrisch. Ist schon geil. So, man muss auf jeden Fall alle Geschenke kaputt machen. Das weiß ich auch noch. Hier war, glaube ich, sogar der rote Stein drin. Ja. Hey, Chasey. Wie läuft's bei deinem neuen Job? Oh, Winnie. Ich muss den Brandmeister aus seinem Büro locken, damit ich die Tür zum Bootshaus aufbekomme. Ah, wirst mich schon nicht enttäuschen, Kleiner. Die letzte Person, die mich enttäuscht hat, hat die Farm gekauft, weißt du? Ach, du meinst. Genau. Selbst nach meiner Warnung vor dieser Fehlinvestition. Aber lass dich nicht unter Druck sitzen. Du kriegst das schon hin, Kleiner. Jeder hat irgendeine Schwäche. Tischtennis. Alter, die Feuerwehrmänner leben ja hier im Luxus. Ist das geil. So, hier kann man noch ein bisschen trainieren, aber brauche ich jetzt nicht. Also einen Kühlschrank, zwei Kühlschrank, ja auch. Alles klar. Alter. Ich hänge fest. Jetzt nicht mehr. Gut. Die leben im reinsten Luxus, die Feuerwehrleute hier. Du arbeitest jetzt nicht. Ist Geburtstag, Party. Gut. Ich bin nur mit dem Leier. Ich bin beschäftigt. Ich heule nicht. Wow, dafür steht es jetzt immer in der Ecke rum. Herzlichen Glückwunsch. Was musste ich denn machen? War hier irgendwo zufällig so ein Verfolgungsding? Ja. Achso. Du, 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 du. Tut mir leid, wenn ich das nicht gleichmäßig im Rhythmus sage. So. Okay. Wer hätte gedacht, dass man als Feuerwehrmann so viel Papierkram am Hals hat. Ja, echt unglaublich. Es gibt hunderte Formulare nur für das Rettung. Nicht arbeiten, nicht arbeiten, nicht arbeiten. Arbeit ist, buh. Ja, buh. Ich konnte aber irgendwie auch noch da dran, das weiß ich noch ganz genau. Vielleicht muss ich erst laufen, ich weiß es nicht. Ich habe was du noch bekommen. Die Schalotte. Ah, jetzt kann ich da dran. Okay. Achso, ja. Feuer und Feierlöscher. So, da musst du, das war dieses. Äh, wer dreht sich um? Brandmeister Burns ist ja so ein Spielverderber. Ja, nur weil wir den falschen Kuchen besorgt haben. Und die Gärten für ihn ausgepustet haben. Und einige seiner Geschenke geöffnet haben. Der ist auch Bud. Und ihm zum 50. gratuliert haben, obwohl er erst 40 geworden ist. Und ihm eine Muttertags statt einer Geburtstagskarte gegeben haben. So, du. Und seinen Namen falsch geschrieben haben. Und der ist ja so empfindlich. Die Zeit reicht auf jeden Fall locker. So, nur noch die beiden. Du musst auf ihre Münder ziehen. Aber nur wenn sie dich anschauen. Zack. Easy. Hey, du hast es geschafft. Ja, gut gemacht, Mann. Absolute Weltklasse. Was ist denn da draußen los? Ich verbiete mir, dass ihr an meinem Geburtstag Spaß habt. Wehe, ich sehe da unten jemand lächeln. Oh, scheiße, Leute. Guckt jetzt alle mürrisch, okay? Ach, da ist er ja schon. Ah, jetzt spielt der. Alter, mein Rekordschlägst du. Nee, kann ich dir jetzt schon sagen. Auch wenn du mein Chef bist, ja. Es gibt manchmal Sachen, da muss ich auch sagen können. Ja, du bist doch mein Chef. Aber du bist einfach scheiße da rein. Hast du dich schon mal in deinem Büro gestrichen? Alter, hast du dich gerade damit abgespritzt? Elendiger. Ja, spritze ich's. Ja, hast du auch verdient. Und da war es für ein Sprung zu weit. Hallo. Chasey. Würde es mit einem Gleitschirm klappen? Da hätte ich total Lust drauf. So, jetzt brauche ich mein Huneli. Sonst komme ich da nicht rüber. Dann muss ich da einbrechen. Auf easy. Da ist das letzte Geschenk. Dann öffnen wir mal das Gerät hier. Da bekommen wir einen Schlüssel. Hallo. Ach. So. Einmal hier rum. Oh, dann ab, runter. So eine Stange wollte ich auch schon immer mal runterrutschen. So. Da ist wahrscheinlich irgendwas drin, das auch ganz schassig kaputt war. Zack. Äh. Ah, okay. Dann denke ich mal, ist da Dynamit drin. Das wäre das Einzige Logische. Zeit, um das Boot zu finden und dann das Weite zu suchen. Das Einzige Logische. Nee, das ist an Van Til. Hallo. JJ. JJ. JJ McCainey. Äh, Zack. So, hier runterfallen lassen. Weil da kommen wir nicht vorbei. So, hier können wir erstmal ein bisschen kaputt machen. So, ich glaube, das müssen wir nicht machen, weil ich glaube, obwohl, aber ich glaube, das gibt mir nur, in Anführungszeichen, ein Dynamit. Ich mach's trotzdem mal, falls ich mich hier vertue. Müsste mir aber ein Dynamit geben. Zack, 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 zack. Es gibt mir doch jetzt ein Dynamit, oder ein Dynamit Automat. Entweder ein normales Dynamit Automat. Ja, sag ich ja. Brauch mal nicht. Ich kann entschieden. Ich hab die Farbe auch schon so. So, da müssen wir jetzt nochmal rüber. Jetzt muss ich mal den Weg nochmal gehen. Aber ist ja nicht schlimm. So, einmal hoch. Gut. Äh, Hühnchen. Hier. Ja, ja, ist okay. Dann einmal darüber. Zack. Hey, morin Jungs. Chase, hier drüben. Wie seid ihr hier reingekommen? Äh, geschwommen. Er ist geschwommen. Ich hab die Hintertür genommen, weil ich nicht doof bin. Oh Mann, ich musste die ganze Grundausbildung ertragen, um hier reinzukommen. Das ist auch gut so. Wir sitzen nämlich auf dieser Seite des Zauns fest. Jupp. Und die große Tür kriegen wir auch nicht auf, um das Boot rauszuschaffen. Überlass das mir. Tja, als ob wir eine Wahl hätten. Boah, ich mag ihn. Oh, die doofen, die doofen mögen mich immer. So, letztes Feuer. Ja, easy. Easy. Okay, ganz schnell zusammenbauen. Ah, so ein Trump-Bump-Wegschleudergerät. Jupp. Zack. Wofür aktiviert das hier? Wow, auf die andere Seite wiederzukommen. Mit einem Luftboot. Geht mir das irgendwas? Nö. Tja. Brauche ich stehen hier? Zack. Haben wir da Dauer erledigt? Und dann kann man eigentlich wieder gehen. Ja. Steig auf. Ach ja. Wow, ich hätte nicht mal ein Boot gebraucht. Oh mein Gott, wir haben alle Markenteile. Er leckt mich fett. Äh, Chase. Was? Wir hatten, glaube ich, bis jetzt noch nie alle Markenteile, ne? Okay, das ist cool. Da kriegen wir ja gleich drei rote Steine. So. Das muss mit Wasser gefüllt werden, ne? Ja. Komm, Wasser, steig, 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 steig. Ja, 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 ja. Sehr gut. Easy. Und damit hätten wir das Boot geklaut. Sag mal, was glaubst du, was der Steuerknüppel macht? Weiß nicht. Beweg ihn mal. Macht gar nichts. Siehst du? Ah. Oh, der Chase. Er musste auf vielen Sachen rodeo reichen, ne? Kostüme. Wow. Das hat die Menschheit gebraucht. Ja, easy. Der Lopez. Die Schalotte. Oh, die 100%. Hier können wir... Einfach ein Gott. Einfach ein Gott bin ich. So, müssen jetzt zwei Goldensteine sein, ne? Easy. Sorry, fortsetzen. So, jetzt gibt's noch mal ne Ladezeit. Dann wollen wir mal gucken, ob da irgendwie noch ne kleine Katze hin kommt. Und dann, äh... Würde ich ganz gerne poppen. Und dann erzähl mal zum nächsten Mal wieder. So, ich muss... Ich kann einfach kurz die Nachrichten geguckt, die ich bekommen habe. Paar viele. Ich bin fame, Leute. Ich bin fame. Hey, gut gemacht, Chasey. Nicht der Rede wert. Von jetzt an bist du mein Mann. Ich vertrau dir voll und ganz. Oh, danke, Winnie. Jetzt kann ich endlich diesen Privatkäufer loswerden. Zeit, ein Treffen anzusetzen. Ich melde mich dann bei dir. Machen wir so, Winnie. Wünsche dir viel Spaß mit dem Boot. So, brauche ich jetzt noch einen Anruf. Entschuldigung. Ich hab dir mit meinem Dad doch auch vertraut, Chase. Vertraust du mir nicht? Bitte? Ich bin... Ich weiß, dass du mich von der Polizei beschatten lässt. Tatsächlich? Äh... Wie? Ich habe damit nichts zu tun. Nein. Tut mir leid, Natalia. Aber ich muss los. Jetzt tu nicht so scheinheilig, Chase. Ich bin im Krankenhaus und werde von der anderen Straßenseite beobachtet. Wie sehen die denn aus? Äh... Na ja. Echt schick angezogen für Polizisten. Schwarze Anzüge. Stehen vor einem dunklen Lieferwagen ohne Kennzeichen und... Einer Limousine. Das sind keine Polizisten, oder? Ich glaube kaum. Und jetzt kommen sie zum Krankenhaus rüber. Chase? Ja? Hilfe! Natalia? Natalia! Boah, diese Frau, ey. Recht? Ja, schon wieder. Oh, natürlich müssen wir die jetzt wieder retten. Oh, da hab ich hier so viel Bock drauf. Das kann die Frau, ey. Ja gut. Leute, wir retten die im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss! Tschüss. Tschüss!